Also Speicherpunkte gibt es ja echt viele, das finde ich gut. Okay, von anderer Seite verschlossen, das heißt, wir werden wohl wirklich andersrum müssen, hier lang. Am Krokodil sozusagen vorbei. Okay, das kann ich nicht mitnehmen, schön wär's. Zack, das Krokodil auch erledigt, hier können wir nicht, da hochklettern können wir leider auch nicht, schade, weil da oben wäre ein Wurfsperre, die hätte ich gerne mitgehabt, aber gut. Ich hatte überhaupt nicht, kann mich vorbeischleichen. Es war fast klar, dass das nicht klappt. Ich hab das erwartet, aber ich wollte es probieren. Wir sind wieder hier. Achso, oh. Falsche Seite, wo ich raus will. Zack. Er taucht ab, genau. Den können wir wegmachen. Den neuen Wurf sperren mit und jetzt kommt hier vorne gleich der, der uns eben malträtiert hat. Zack. Ich find das doof, dass man die nicht wieder einsammeln kann, das wär schön gewesen. Aber leider nicht. Wie soll ich das denn machen? Ich hab gar keinen Wurf sperr mehr. Wie soll ich den denn loswerden? Achso, wahrscheinlich kann ich mich an dem einen vorbeischleichen, das kannst du auch haben. Zack. Der ist ja relativ einfach. Er verschwindet einfach. Genau, dann können wir uns wahrscheinlich einfach vorbeischleichen. schleichen. Aha. Okay, das muss man erst mal wissen. Jetzt haben wir nämlich noch zwei. Einen brauchen wir für dich. Und einen, dann nehm ich gleich für ihn hier. Na toll. Keine Chance. Hä? Wie soll ich denn mit drei sperrenden Krokodilen ankommen? Vielleicht bin ich zu schnell. Nein. Sondern ich. Schwierigkeitsgrad senken. Also wirklich nur wegen so ein paar Krokodilen. Warte mal. Wir müssen was irgendwie anders machen. Wir haben nicht so viele Speere. Die wir brauchen. Dich werde ich wegmachen müssen. Ich glaub nicht, dass du von selber ab brauchst. Du verschwindest hier. Dich können wir ignorieren. Okay. Er hier. Den können wir wahrscheinlich auch nicht ignorieren. Wahrscheinlich. Vielleicht schwimmt er auch vorbei, wenn wir Glück haben. Der schwimmt nicht vorbei. Und er hier ist ne gute Frage. Ob wir ihn irgendwie loswerden können. Wir haben nichts mehr, um ihn irgendwie... Gut, okay. Das hat funktioniert. Ich war ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Aber okay. Sehr schön. Ah, und jetzt sind wir hier. Okay. Entriegelt. Und wir können das speichern. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann klettern wir jetzt mal auf den Dampfer. So, oben sind wir. Okay, jetzt müssen wir irgendwie das Serum finden. Metallschrott. Wofür brauchen wir denn Metallschrott? Dann ist die Mauer. Schon cool. Okay, wir haben Metallschrott. Mal gucken, was wir damit machen können. Kann er mir das erzählen? Ein Haufen verschiedener Altmetalle kann allein nicht verwendet werden. Okay. Ein Speicherpunkt. Aber was ist los? Wieso haben wir hier so viele Speicherpunkte? Das macht mir ein bisschen Angst. Ärztehilfearznei. Wie schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Boxerpuppe. Okay. Aber ein Serum habe ich hier noch nicht gesehen. Ast. Ein Ast. Was kann ich mit dem Ast machen? Aha. Guck mal. Das können wir kombinieren. Was haben wir jetzt? Ein Wurfspeer. Okay. Ast. Aston Methol. Schrott. Leicht. Wurfspeer. Okay. Der ist platt, würde ich sagen. Okay. Ast. Metall. Schrott. Leicht. Wurfspeer. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Die Frage ist, ob das so klug war. Oh, vielen Dank. Den Speer für ihn zu verbrauchen. Aber wahrscheinlich ja. Sollte man wahrscheinlich. Ich schleiche mich da mal hinterher. Der dreht sich um und kommt zurück. Du hast mich hoffentlich nicht gesehen. Eine Made. Ein Ast. Hi. Okay. Du gehst Matsch. Das ist schon mal gut. Ah, Metallschrott. Sehr schön. Nehmen wir mit. Wir machen uns mal wieder einen. Wurfspeer. Dann haben wir schon mal wieder einen. Ah, und jetzt sind wir wieder hier. Okay. Ja. Aber da vorne habe ich noch was anderes gesehen. Genau. Drehe dich schön um. Und jetzt stirb. Und jetzt stirb. Okay, den sind wir auch schnell losgeworden. Schleichangriffe ist echt das Beste, was man hier, glaube ich, bis hierhin kann. Flüssige Chemikalie. Sehr geil. Wir können uns noch eine Erste-Hilfe-Arznei mehr herstellen. Das machen wir auch. Dann haben wir schon mal zwei in Petto. Okay, hier kommen wir aber nicht einfach runter. Also jeder Mensch würde normalerweise durch das kaputt machen und runterspringen. Aber wir hier nicht. Das wäre sonst auch langweilig. Wir prügeln uns mal hier hinten durch die Tür. Hier ist doch nix. Da kommt doch gleich wieder irgendwas um die Ecke schlawenzelt. Okay. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich hätte gesagt, er sieht uns bestimmt. Metallschrott. Sehr gut. Eine Kiste. Mit einem Ast. Wir bauen wieder was. Zack. Hier geht's runter. Okay. Wollen wir aber noch nicht. Ich würde ja mal in diese Taschen reingucken. Wenn ich eher wäre, ob hier ein Gewehr oder so ist. Ach ja, gut. Komm her. Ach nee. Das ist uncool. Das ist uncool. Ups. Ups. Er trifft nicht. Er trifft nicht. Oh. Ich hätte mich wieder setzen können. Okay. Scheiße. Sie sind tot. Ja, ich hab's erwartet, dass ich tot bin. Nein, bist du wieder hier oben. Okay. Na toll. Wir machen die ganzen Bums also nochmal. Zack. Zack. Eine Puppe. Puppen sind immer gut. Ups. Ein Ast. Wo war denn hier der Metallschrott? Der war hier hinter, ne? Nee. Ach, den hatte ich schon. Ah. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Den hatten wir schon. Aber das geht ja auch so ganz gut. Die zu malträtieren. Man muss nur wissen, wie? Weil dann können wir den nämlich einfach ignorieren, sozusagen. Und haben ein Speer gespart. Zack. Hier machen wir gleich wieder einen Schleichangriff. Zack. Denn hatten wir hier eine Kiste mit einer Made und einem Ast. Genau. Och ja, hier hatten wir dich. Dich habe ich hier schon ganz viel vergessen, hier in der Ecke. Zack. Zack. Okay, Metallschrott nehmen wir mit. Vielen Dank. Hier hatten wir nur die Tür. Die können wir schon mal öffnen. Haben wir das erledigt. Und hoffen, dass da nichts durchgeschlavenzelt kommt. Während wir hier noch zugange sind. Das muss die Medizin sein. Ja, höchstwahrscheinlich. Oh, Mann. Oh. Er hat mich gesehen. Der Sack. Das war klar, ey. Mann. Jetzt war ich aber auch ein bisschen zu stürmisch, muss ich sagen. Einfach, weil die Arznei nehmen wir mal mit. Da kommen wir nicht lang. Einfach, weil ich wusste, wie es geht, sozusagen. Dann ist man ja ein bisschen übermütig manchmal. War ich gerade. Deswegen wirst du es leider noch mal spielen. Mist. Ast nehmen wir mit. Kombinieren mit dir. Zack. Kann ich eigentlich mit denen hier irgendwas? Nee. Kann ich nur sammeln. Der ist Matsch. Dich nehmen wir mit. Dich machen wir kaputt. Du, schleich dich mal weiter. Na komm. Zack. Ups. Wahrscheinlich können wir, warte mal, wenn wir hier reingehen. Den hier auch einen Schleich angreifen. Okay. Sehr gut, das ist, das zu wissen. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht eben. Dann sind wir nämlich auch schneller und einfacher los. Und von ihm hier hinten wollen wir eigentlich nur, dass er verschwindet. Okay, jetzt kommt er gerade hier auf meine Ecke. Jetzt dreh dich bitte um und schlawenzel in die andere. Danke. Ich werde dich nämlich schön zermalmen können. Zack. Weg mit dir. Mist. Vieh. Okay. Den haben wir. Da konnte ich glaube ich, dass wir da irgendwas aufheben. Nee, doch nicht. Ich dachte. Okay, wir haben das alles gemacht. Achso, wir können, ähm, nein. Das machen. Dann haben wir nämlich eine Chemikalie mehr, äh, eine Arznei mehr. Und eine Chemikalie weniger. Okay, was war hier? Ach ja, genau, hier wart ihr ihr beide. Ups. Du gehst einfach so drauf, würde ich sagen. Und dich machen wir auch fertig. Ups. Sehr schön. Okay, da waren wir eben in der Ecke. Ich weiß gar nicht mehr. Was war hier denn noch? Hier war nämlich noch Schrott, genau. Und da sind wir eben lang. Und dann kamen uns ganz viele um die Ohren geschwänzelt. Und das wollen wir ja auch nicht. Ziehen wir uns mal ein Stück zurück. Okay, er verschwindet wieder. Gucken, ob wir ihn jetzt nur alleine getriggert haben. Nein, haben wir nicht. Ups. Okay, das waren schon mal die beiden. Wir haben gerade leider kein Ast zur Verfügung, um uns was Neues zu bauen. Hier ist doch aber irgendwo noch einer rumschwänzelt. Vielleicht gehen wir mal kurz den Ast suchen. Ich glaube, hier war nämlich irgendwo einer in der Kiste oder so, ne? Genau. Und dann kombinieren wir das und haben mal wieder einen Speer. So, das wäre schon mal nicht schlecht. Ja, komm ran. So, den haben wir fertig. Zerstampft sozusagen. Eine Arznei. Ist nicht gut, dass wir so viele Arzneien finden. Das heißt meistens nichts Gutes. Ah, ein Speer. Das heißt, wir haben schon mal wieder zwei. Und solange, weil wir das aufmachen, glaube ich, kommt der andere wieder. Ich glaube nicht, dass der uns hier einfach in Ruhe lässt. Hier würde ich gerne einmal rein. Ein Ast. Sehr gut. Eine Puppe. Und hier kommen wir anscheinend einfach wieder... Hier kommen wir einfach wieder raus. Was ist denn das hier für eine Puppe? Hübsch, was macht sie? Eine unheimliche Puppe für schwarze Magie. Für jeden im Invertal erhöht sich ihr Angriffskraft um 5%. Sehr schön. Die hat nochmal früher gebraucht, die Puppe. Das heißt, jetzt haben wir hier alles abgegrast, würde ich sagen. Und wir können die Tür da öffnen. Öffnen. Aber ich glaube nicht, dass das einem gewissen Sumpf, was da gefallen wird. Na, bis jetzt geht's. Okay. Ich hätte gedacht, es kommt schon um die Ecke schlawenzelt. Eine Boxerpuppe, das ist schon mal sehr viel wert. Und ein Speicherpunkt. Machen wir doch direkt. Was? Ach, komm schon! Das ist es. Endlich! Es war klar! Au! Der Sack, ey. Der muss langsam mal drauf gehen. Hi! Du willst das? Dann komm her, du hoff! Scheiße! Ups! sofort gesagt! Oh! Huh? Oh! Huh! Oh! Ah! Metallschrott, Metallschrott. Das ist schön. Ich brauche aber Äste. Ich verwende mal kurz, zum Beispiel eine Chemie-Kalie. Alter, was hat der für ein Moose drauf? Alter, wie soll ich den dann auch ausweichen, den Sack? Ich habe keine... Ah, danke. Hier war noch eine, danke. Ich sage mal kurz Chemikalien, ne? Großer. Äste habe ich hier aber leider auch nicht, dass ich mir Dinger machen kann. Okay. Komm schon. Aber Alter, ich wollte weglaufen. Du hast echt nicht Mom, was? Ich glaube, ich komme mit meinem Chemikalien nicht hin. Er hat aber auch echt viel Leben, ey. Das ist krank. So. Los geht's! Ich komme zu dir, sorry.